Jungs, da braucht ihr ja nicht so blöde zu gucken. Klauchs, das ist eine Verschwörung. Ihr habt schließlich uns um Hilfe gebeten, ja? Da müsst ihr uns schon mal vertrauen. Genau. Und hinter dieser Verschwörung steckt eine internationale, geheime Fußballorganisation. Mal ein kleines Beispiel, Leute. Ja, wir kennen doch alle das Kleinfeld. Und da ist die Strafstoßmarke 9 Meter. Und auf dem großen sind es 11. Ha, fällt euch der Rischdorf? Leute, da ist die Berliner Mauer gefallen, am 9.11. Oder was war in Amerika, wo der mit dem Flugzeug da in die Neubau-Blox gekracht ist? 9-11. Und dieses geheime Wissen, was sonst nur Top-Mannschaften zur Verfügung steht, das machen wir uns am 11. April zunutze. Dann machen wir es wie die Bayern. Wir füllen den Ball mit Sauerkraut. Aber frisch muss es sein, sonst gärt das, ja? Ja, genau, genau. Aber keine Sorgen, wir sind am Spieltag fort und machen das. So, passt auf den Langen. Ja. So, und jetzt kommt das Ganze noch vor zwei Minuten in der Mikrowelle. Genau. HFC Chemie! Lock Leipzig! Das Benefit-Spiel! Am 11. April 2018! $9,006! $9,006! $0,006! $11,005! $11,006! $10,006! $11,006! $13,006! Far western!